90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten tagtäglich an der Versorgungssicherheit im Pongau und im Lungau. Von der Energieberaterin bis hin zum IT-Techniker. In der Geschäftsstelle St. Johann erhalten die Kunden ein sogenanntes Rundum-Sorglos-Paket. Also wir sind zentraler Ansprechpartner für sämtliche Kundenanfragen über alle Sparten, sprich Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation. Der wesentlichste Punkt, glaube ich, den wir sicherstellen müssen, das ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr die Versorgungssicherheit sicherzustellen, die Kunden zu versorgen. Und sollte dies einmal nicht möglich sein, weil witterungsbedingt Einflüsse da sind und Störungen auftreten, dann ist es unser Job, diese Störungen möglichst rasch wieder zu beheben und die Kunden wieder zu versorgen. Netzkundenbetreuerinnen und Betreuer sind unterwegs für die Dekarbonisierung und genau diese findet man hier in der Geschäftsstelle. Wir sind Teil der Energiewende und da sind wir mittendrin. Unsere Mitarbeiterinnen sind tagtäglich damit beschäftigt, die Netze auszubauen, zu betreuen, sind Teil dieser Energiewende und sozusagen füllen diese Green-Tech-Jobs aus. Die Kundenbetreuer, das sind natürlich die zentralen Ansprechpartner zu unseren Kunden, zu unseren Partnern und die können kompetent Auskunft geben über Themen wie Photovoltaik, Energiewende oder Energieeffizienz. Das Thema Dekarbonisierung bedeutet für mich, dass ich dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehe, alles was Anfragen bzw. Auskünfte über Photovoltaikanlagen bzw. über die Fernwärme. Hier handelt es sich also um einen richtigen Green-Job. Ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsalltag ist hier garantiert. Meine Aufgaben bei der Salzburg Netz GmbH sind unter anderem die persönliche Kundenberatung, ebenso via Telefon und E-Mail und die Angebot zur Stellung und Kalkulation. Besonderen Spaß an meinem Job macht mir, dass jeder Kunde individuell ist und jeder eine andere Beratung benötigt. Ebenso ausgezeichnet ist die Abwechslung zwischen Büro und Außendienst. Also wir suchen permanent Mitarbeiterinnen, weil bei 90 Mitarbeitern hat man immer eine gewisse Fluchtaktion und Abgänge. Was wir suchen, das sind Mitarbeiter mit einer guten technischen Ausbildung, aber auch Werte wie Verlässlichkeit, Teamfähigkeit und Kundenfreundlichkeit ist sehr, sehr wesentlich und das ist uns sehr, sehr wichtig. Wenn auch Sie Interesse an einem Job in der Salzburg Netz GmbH haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. www.salzburg-ag.at. Untertitelung des ZDF, 2020